Ich nicht, lasse dich Ich nehm mir den Dick da hinten Alter, was ist das für ein Schaden, der da immer herkommt? Ja, ne? Das ist meine scheiß... Granaten... Ah, dieses Vakuum, genau! Er hält ne Sekunde lang den Feuerschaden Äh, ich hab Vakuum, das macht Kuro... Bietet extra Bonus an Atmosphäre Das heißt, ich krieg hier nochmal einen richtigen Bonus drauf Hier, dann frisst du, Alter Komm, du kriegst gleich zwei Ich würd da weggehen, guck mal, Alter, was Von mir hat die auch noch bekommen eben Hier, nimm noch eine Ja, dankeschön Aktivier doch einfach deine Fähigkeit immer Ja, da kriegst du Leben von Da war ich doch grad eben Geh weg da Äh Wie kann ich denn die eine... so Ist ja nicht so, dass ich die eben nicht eingesetzt hätte Ist ja immer einer, da kriegst du immer Leben Nö Toi, ich kann wieder zu glauben, wir haben Schotflit-Mulizium kaufen Ehrlich jetzt Ja klar Ist ja Ehrlich jetzt Ist er hier vorne Ehrlich jetzt Jaa, Mildekits Geht das Mal aufladen, ne Boi Oh, die muss ich beim nächsten Mal aufbessern Husch Velende Drecksviecher Den bau ich nicht auffüllen, ne Wann kauf ich mir die Scheiße an? Aha Schlecht Okay Ist nichts drin Ui Neuer ist Neuer ist Liegeviecher Ja Die Kennen wir schon Aber die anderen kenne ich ja nicht Nö Doch Die waren, wo wir Den Vogel gerettet haben Da So Hörst du denn? Ah ja Benjamin Blue Sind bestimmt wieder ein Entwickler hier reingeschlichen Oh Waffenslot Okay Ich mach mal Waffe Waffe? Hm Waffenslot bekommen Ich hab ne Waffe, die ist für Level 20, kann ich noch nicht benutzen Hehe Da Nimm ich die mit rein Ist schon nicht geil Wiederbelebungs-Ding Oh, die Stalker Die haben eine Drüse, die produziert eine Substanz, die Licht beugt Höhöhöhöh Lustige Kerrchen Ihr lustige Kerrchen könnt das mal essen Boah Alter, wo geht die Granate denn hin? Ach, die sucht sich die Stalker Oh ja Oh, das Stalker Ja Na Rosa Hinter uns, hinter uns Hinter uns Boah Ja.. Ja ... Der schießt jetzt mal drauf Naffrey ein Stalker skirts doch schön, ne weiterlaufen ja ich möchte mal irgendwas durch die gegend im ist sicher noch mehr geht nicht vor allem porten die fischer sich immer noch ein stück nach vorne und stein auch mal aus dem weg stock am marsch die ganze weise die verfolgte dann zehn jahre lang wirst du sie dann mal gefunden dass wo sie dann hin kommen sind danke will ich jetzt dein lieblings spot sammelst du da eigentlich ständig ein in die dinge die meinte die geschwindigkeit und so die feuerrat stocker stocker machst du schon ne alter ich verballer ein ganzes magazin an dich aschkeke oh jungs hier spaß mit dem munitions club top ja man verschwendet auch ganz schön munition an dem viecher natürlich verfolgt mich doch mal dieses ding natürlich verfolgt mich doch mal dieses ding steht auch noch springen stalker ja trotzdem weg da weg da oh sie haben das foto gefunden cool tja wäre ich ohne zurück gekommen mein sohn hätte seine fäkalien an die wand gepfeffert ja ja erstmal neu verteilen er hat jetzt seine freundin oh wow ehrlich hehehe nein war nur ein witz hehehe er hat keine hehehe nein nie im leben viel spaß die stalker hm willst du schon wieder weiter klar hab doch vier oder fünf stalker mach mal ich hab ja gesagt ich verteilt mal einen punkt aber komm doppelwaffen pfff alter bad ass genau ledige stalker mal alles aufsammeln joo das sind die nadel stalker ja 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 sicher hallo hallo kann ich das foto haben bitte ne danke dieses hässliche gesicht hilft mir durch den tag hehehe wir haben sie etwas für den nö was denn meins ich glaube nicht ich glaube nicht nein das meins ja du wixer hehehe das loot tag kleine arschgeburt oh nein oh nein oh nein laser was haben wir denn da talk war da die platzen auch noch was oder wie naja schön einfrieren ja die platzen du kleiner scheiße leider keine